Ja, Alpenwasser. Wenn man runterputzelt, dann ist es nicht so gut. Boah, Alpen! Hammer! Da hinten ist die Zugspitze, jetzt sind wir in Lermos und es geht auf den Blindsee-Trail. So auf und ab hier. Ich glaub da kommt auch noch ein bisschen auf. Zugspitze. Blindsee-Trail. Geht das hier etwa bergab oder was? Oder gehen wir mal ein Stück weit? Ja. Cool. Okay, und da ist wieder der Gegenanstieg. Aber nur kurz, so wie es aussieht. Ganz schön schottrig rutscht ich hier bei der Trockenheit. Ja. 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 so jetzt scheint es hier ein bisschen steiler zu werden wobei sehr sehr rutschig weil der trocken ist servus alles ok bei euch hier ist es echt ein bisschen anspruchsvoller aber geil sehr geil wow ok jetzt muss ich glaube ich mal halten mit einer Aussicht aber im Blindsee sieht man nicht richtig da sind die Bäume davor weg, danke? ja, gerne oh, dann fahre ich schön nirgends vor hinterher und versuchst Aussichtsrat sehe ich nicht so so jetzt hier 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 boah der schotter ist so rutschig das muss bestimmt eh gleich wieder halten geil hier rutschgenau so jetzt aber hier wird es sportlich dieser schotter ist schon sauerutschig geil 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 oh 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 tut oh 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 nice oh 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 schiebestrecke stand da grad okay aha oh oh hallo servus dankeschön so bei mir ist dann eher das problem der apel geil richtig geil jetzt weiß ich warum da schiebestrecke stand aber danach runter putzeln dann ist nicht so gut ja 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 so ich hab jetzt zwei jungs aus franken aus dem franken gelangen mit den scheißen wissen die kennen den trail auch nicht aber ganz nice wo er uns alleine fährt wow ordentlich schon drückt wow okay so 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 ist ja geil hier wieder geil es geht auf jeden fall ruppig weiter wow allen wow geil sehr geil sehr geil sehr geil servus danke wo geht es weiter uah anscheinend ist hier wieder sharp trail das war schon schon ein paar höhere tropfen das war schon sportlich auf jeden fall das war schon sportlich auf jeden fall also also bisher ist der blinzee trail richtig geil servus danke sehr schönen tag euch so ist hier genauso rumpelig wie oben nur dass es schlach ist ja altenwasser okay es geht hier ab ja ja ich kann ja noch mal warten macht ja nichts krass so jetzt geht es hier immer so auf und ab am see entlang recht recht technisch und wurzelig aber auch mal geil so cross country quasi wow was wow krass wow boah boah ah 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 oh wenns hier nass ist nein danke ah 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 zu spät geschaltet ich kann nicht mehr schalten ah servus dankeschön schönen tag wow das ist anstrengend ey oh ne jetzt gehe ich glaube ich gleich wieder raus ah wobei nicht stein so ein zeitenweg also hier lohnt sich der dropperpost ist kommt noch einer dankeschön ja gerade hier sind die abhillpaar sind echt fordernd hier am uferweg wo 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 w w w w w w alter w 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